Super toll, oder? Wenn du mit super und toll entsetzlich und schrecklich meinst, dann ja. Ich werde dir helfen, deine Angst zu überwinden, auch wenn ich dabei draufgehe. Ich bin übrigens unsterblich, also habe ich alle Zeit der Welt. Ich dachte mir, wir starten unsere erste Tour unter dem Motto Die Tugenden der Nacht. Siehst du, ohne mich wäre es dir nicht möglich, die Falten auf den Gesichtern der Schauspieler zu sehen. Das finde ich jetzt aber nicht sehr überzeugend. Na, ziemlich abgefahren, oder? Ich bin allergisch auf Glühwürmchen. Aber doch nicht allergisch auf Sterne. Aber ich bin allergisch aufs Sterben. Wir sind viel zu weit oben. Du bist allergisch aufs Leben. Was? Na, gar nicht. Na los, Kleiner, tunk deine Hand ins Wasser. Damit ein Hai sie abweißt? Bist du verrückt? Nein, damit du die Schönheit des Ozeans bei Nacht sehen kannst. Ist dir das Prinzip Spaß ein Begriff oder nicht? Spaß ist nur ein Wort, das sich Leute ausgedacht haben, damit Gefahr verlockender klingt. Ah, guck mal! Ohne Dunkelheit kein Feuerwerk. Man könnte es aber zu jeder Tageszeit steigen lassen. Ja, vermutlich. Aber das wäre total öde. Die Schönheit liegt im Kontrast. Hey, hast du die Augen geschlossen? Ich schütze meine Netzhaut. Jetzt komm schon, mach sie auf. Nein! So verpasst du den Spaß. Kommt nicht in Frage. Öffne die Augen. Niemals! Das widerspricht der ganzen Idee, Mann. Das war nicht meine Idee. Es ist zu deinem Besten. Hey, ist doch gleich viel schöner. Kleiner? 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 Hörst dich! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ein Versehen. Du hast mich fallen lassen. Ich hätte sterben können. Ich will nach Hause. Keine Sorge, ich bring dich wieder nach Hause. Irgendwann. Wann irgendwann? Hey, guck mal, siehst du den großen Wagen? Er ist so dieser Jahreszeit wirklich hübsch. Wann bringst du mich nach Hause? Gute Frage. Sehr grundlegend. In 24 Stunden. Na gut, nochmal zu den Sternen. In 24 Stunden? Ja, klar. So läuft das doch mit Tag und Nacht, oder? Es ist ein 24-Stunden-Zyklus. Der lässt sich nicht umkehren. Was? Warum nicht? Ich muss weiter. Aber hey, wenn du hier ganz allein, mitten in der Nacht, in der Wallachai nach Hause laufen willst, dann bitte... Warte, warte, warte. Ich kann nicht allein nach Hause laufen. Das sind hunderte von Kilometern. Na gut, Kleiner. Dann musst du ja doch mit mir mitkommen. Schnall dich an und halt deine Kappe fest, denn du wirst hier gleich den absoluten Wahnsinn erleben. Hältst du dir wieder die Augen zu? Ich verweigere die Aussage. Echt jetzt? Weißt du eigentlich, wie viele Menschen jetzt gerne in deiner Haut stecken würden? Keine? Viele. Die Antwort lautet viele. Ja! Denn ich bin das coolste Wesen aller Zeiten. Denn genau das ist man, wenn es noch nie ein anderes Wesen gegeben hat, das die Menschen lieber gemacht haben.